herzlich willkommen beim hausboot profi leute es ist wieder kalt geworden aber das hindert euren hausboot profi frank natürlich nicht aufs wasser zu gehen denn wir haben heute die loren und die loren ist ein hausboot mit 12 meter 50 länge 4 75 in der breite also eine ordentliche breite da ist viel platz an bord aber es ist wirklich ein schwimmendes haus und der tiefgang wie bei dieser art von katamaran hausbooten in ponton bauweise ist nur 45 cm das heißt also wirklich für unsere gewässer super geeignet da gibt es kaum probleme mit dem tiefgang die loren schauen wir uns jetzt an wie immer einmal im schnelldurchlauf damit ihr euch orientieren könnt das ist ja bei hausbooten erfahrungsgemäß nicht so schwierig und dann gucken wir uns das alles im detail ich wünsche euch viel spaß und wenn es euch gefällt lasst ein like da klickt die glocke und wenn fragen sind natürlich immer gerne in den kommentaren da schaue ich regelmäßig rein so dass ich euch gern weiterhelfe wenn es um die auswahl des passenden hausboots oder der passenden motorjagd geht und nun werfen wir einen blick in den salon da kommen wir hier von unserer badeplattform terrasse eigentlich ist nein badeplattform ist es nicht es ist eine terrasse da kommen wir hier ein große glas front das sieht sehr schön aus ihr seht mich im spiegel aber ihr seht hier drin auch wie es ausschaut ein sofa haben wir ja wie eine wirklich gemütliche ferienwohnung eingerichtet hier der steuerstand zwei gashebel schauen wir uns das mal gleich an gucken wir im detail nachher drüber terrassentür können wir hier schließen so und da vorne sehen wir auch den anker am bug drehen wir uns einmal um küchenzeile kaffeemaschine und stauraum ach was haben wir hier noch ein zusätzlicher schau mal noch mal ein zusätzlicher gaskocher den kann man sich nach oben nehmen und dann auf der terrasse oder auf dem deck kochen mit gaskartusche sehr schön hier die nasszelle und hier würde ich mal sagen nein es ist keine nasszelle es ist wirklich ein reguläres badezimmer also da kann man hier wirklich von badezimmer sprechen gefließte wände armatur sehr schön das haben wir und wenn wir uns drehen ja dann schauen wir hier auf den hafen raus und haben am heck noch mal eine badeplattform dann tatsächlich schauen wir uns gleich an gehen wir zurück so mit schiebetür das bad und zum heck geht es raus hier terrassentür von der seite gesehen haben wir dann hier diesel und wasser das ist dann unser frischwasser tank und unten nochmal separat hier eine badeplattform mit zwei badeleitern am heck also da kann man auch mit dem kanu hier fahren und das lässt sich ja gut beim fahren transportieren hier hinten auf der badeplattform kanu drauflegen und dann hier drüber kann man prima ein und aussteigen ins kanu das ist dann auch keine wackelige aktion also für kanuten oder sup ideal das ist wirklich eine schicke sache so einfach hat man das selten bei so schiffen eine treppe hoch und schon sind wir oben auf dem sonnendeck wir haben jetzt noch früh im jahr hier drunter ich schaue mal die plane jawohl schaut das sind hier die deckmöbel die sind noch ein bisschen im winterschlaf zwei sonnenliegen haben wir und drei solarpaneele mit denen wir die akkus von dem schiff hier betanken mit strom ringsum geht eine reling stabiles alu vierkant profil alles da und belegt ist hier das deck mit kunstrasen strapazierfähig pflegeleicht wir sind jetzt hier wieder am heck der loren und von hier geht es durch diese glastür hinein ins schiff wir durchkreuzen den salon und sehen ihn schon den steuerstand zwei hebel sprechen erstmal für sich schauen wir uns das ganze doch mal im detail etwas an wir haben hier zwei gas hebel entsprechend sind es auch zwei in den rümpfen eingebaute diesel maschinen mit denen wir hier navigieren maschine links oder eben an backbord maschine rechts oder im steuerbord hier oben garmin kartenplotter und hier auf der seite die heckkamera mit der wir wenn wir rückwärts navigieren dann auch sehen können was hinter uns ist wobei ich sagen muss ich drehe mich mal kurz um ist es schon also so einen gewissen eindruck bekommt man schon nach hinten also durch die tür kann man schon ein bisschen wenn man sich hier hin und her bewegt seht ihr das ja kann man sich ein bisschen ein eindruck verschaffen was ich auch sehe die seitenfenster hier schaut mal die kann man also da haben wir dann auch riesige fenster und viel luft und das ganze auch pardon ich lenke jetzt ab aber das fällt mir gerade auf hier auch an der anderen seite also auch hier können wir das fenster öffnen und haben dann wirklich viel luft hier drin und sowieso diese riesigen glas fronten also wenn man da auf dem see liegt wow ich gehe hier mal hin dann können wir hier mal hoch oder von unten nach oben gehen also 230 volt steckdosen dann haben wir hier batterie ladeanzeige wird ja über solar gespeist und natürlich über die lichtmaschinen dann haben wir zwei tanks für das frischwasser fresh water ist das frischwasser rechter tank linker tank zeigt uns das an steuerrad natürlich und auf der anderen seite haben wir dann hier unsere haupt schalter das ist ankerlicht navigations beleuchtung deck beleuchtung wasserpumpe natürlich immer separat zu schalten noch mal eine wasserpumpe rechter tank linker tank und dann haben wir noch die instrumenten und wenn wir oben schauen da waren wir ja gerade eigentlich abgebrochen haben wir füllstand für die zwei maschinen rechts links der diesel die haben ja 26 ps also sind jetzt keine übergroßen maschinen ist auch nicht nötig aber dadurch dass es natürlich für so ein wenig tiefgang wenig verdrängung kann man mit denen schon ordentlich was machen und zur sicherheit oder fürs navigieren auf engstem raum dann hier auch nochmal zusätzlich ein bugstrahlruder also eigentlich braucht man es ja nicht wenn man jetzt zwei maschinen hat da kann man schon mit den maschinen auf dem teller drehen aber schadet ja nicht und letztendlich noch ein roter knopf das gibt dann schallsignal da haben wir dann alles beieinander unser radio mit hier usb anschluss für den mp3 player und was ist das hier das ist die elektrische anker winch hoch runter eigentlich ganz einfach und die ist hier auch sehr gut angebracht weil wenn wir jetzt von hier gehen also dann kann man so ein bisschen mal drehen und schon haben wir hier drüben den anker ne und da ist die winch ich mache hier mal auf so ne da seht ihr den anker hier ist die anker winch der anker direkt mittig vorne mit der kette ist er hier drauf hier haben wir auch ein sofa und das ist ein schlafsofa was man nutzen kann für zwei zusätzliche schlafgäste aber die regulären schlafplätze die befinden sich an backbord am heck und da schauen wir jetzt mal rein die achterkabine im heck sehr hell und gemütlich eingerichtet skandinavischer stil zwei leseleuchten ein reguläres doppelbett mit lattenrost drunter da sind auch die rettungswesten schaut unterm bett lattenrost sehr schön guckt mal hier mit härte verstellbar und so weiter alles da jetzt habe ich ein bisschen auseinander gerutscht und der anderen seite großes fenster und am heck eine eigene tür es kann alles verdunkelt werden mit vorhängen und wir haben hier auch ein mückenschutz vor also wir können dann auch lüften wenn das notwendig ist und das fenster öffnen auch beim mücken wer jetzt an bord hier übernachtet hat und nicht in den seespringen will dem steht auch ein badezimmer zur verfügung direkt gegenüber es hat eine stiebetür praktisch und platzsparend und wenn wir dann jetzt hier hinein gehen dann haben wir eine ganz reguläre duschkabine mit regulärer armatur handtuch halter handtuch trockner ganz normales waschbecken toilette elektrisch betriebenes marine wc also alles da was man braucht und auch hier ein schöner panorama blick nach außen also wenn wir jetzt privat liegen gar kein problem wenn wir im hafen liegen dann können wir natürlich hier nach oben und unten verlängern und haben unsere privatsphäre das boot ist ja insgesamt führt vier personen plus zwei zugelassen oder empfohlen und deswegen haben wir hier nebenan gleich die zweite kabine hier sind die betten getrennt voneinander aufgestellt rechts und links mit einem gang dazwischen also hat man an bord die wahl entweder doppelbett oder zwei separate betten auch hier große fensterfront mückenschutz verdunklung alles da und hier können wir auch mal die lüftung uns anschauen da gehe ich hier mal nach unten für euch haben wir hier die heizung einstellbar und am ende hier ganz unten dann die den luftaustritt für die warmluftheizung also insgesamt ist das boot mit einer warmluftheizung ausgestattet treten wir hier aus der kabine sind wir direkt in der küchenzeile und da finde ich gleich schon ein schönes detail das ist der geschirrspüler also das finde ich natürlich immer klasse wenn auf dem hausboot auch ein geschirrspüler ist und wer wäscht schon gerne selber sein geschirr geschirrspüler großartige sache schränke kurzer check ja haben wir alles da gläser becher teekanne kaffee filter alles an bord oben drüber kaffeemaschine thermoskanne und hier haben wir den kühlschrank grill der steht natürlich nicht hier normalerweise sondern auf dem sonnendeck und hier haben wir dann kochgeschirr teller et cetera oben drüber ist dass die schublade mit genau was wir so brauchen und ein zwei flammen naja ein zwei kochstellen induktions kochfeld da können wir schnell und heiß kochen so freunde das war die loreen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst gern ein like da und abonniert unseren kanal und wenn fragen sind gerne in den kommentaren ich schaue da regelmäßig rein und helfe euch gerne weiter die doreen kann ich wirklich empfehlen für zwei paare ein tolles hausboot für familie mit kindern oder auch für enkelkinder mit ihren großeltern weil wir haben ja diese typische bauweise auf einer ebene sehr barriere arm oder barrierefrei sogar wenn man sich hier nur auf einer ebene bewegt und wir haben eine terrasse am bug und eine am heck also wir können wirklich den urlaub auf einer ebene sehr barrierefrei wunderbar in der natur auf dem wasser verleben und man muss ja nicht aufs sonnendeck gehen um dieses schiff zu genießen ich freue mich wenn es euch gefallen hat und ich hoffe wir sehen uns bald wieder euer hausboot profi frank bis dann ciao